Chakra-Harmonisierungsmeditation mit Bija-Mantras, Visualisierung, Affirmation und Sukha-Pranayama. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Praxisvideo, einem Meditationsvideo von www.yoga-vidya.de. Dies ist ein etwas fortgeschritteneres Video. Du solltest vertraut sein mit den Grundtheorien der Chakras, der Meditation, der Bijas und ihr Bewusstsein. Dies ist ein Meditationsvideo, welches verbindet Pranayama, Visualisierung, Affirmation, Mantra und Meditation. Du kannst dich schon mal hinsetzen und dich auf die Meditation einstellen. Sitz ruhig und gerade für die Meditation. Atme ein paar Mal tief ein und aus. Zunächst einatmen zum Muladhara Chakra, ausatmen durch diese Shumna zum Sahasrara Chakra. Einatmen vorne hinunter, ausatmen hinten hoch. Wir gehen durch die sieben Chakras einzeln. Das ist ein Zwischending zwischen Meditation und Pranayama. Meditation bedeutet, du bist bewegungslos. Pranayama, du steuerst dabei den Atem mit Sukha, Pranayama. Du atmest so lange ein wie angenehm. Hältst die Luft so lange angenehm. Und atmest aus so lange wie angenehm. Spüre jetzt Muladhara Chakra, das Erd-Chakra. Atme langsam ein. Dann halte die Luft an. Und atme wieder aus. Atme jetzt weiter im eigenen Rhythmus. Spüre Muladhara Chakra. Wurzel-Chakra, Wurzel-Chakra, Erd-Chakra. Ich stelle die Wurzeln von der Erde aus vor. Und wiederhole geistig. Ich bin gut verwurzelt. Lam, Lam, Lam. Ich bin gut verwurzelt. Lam, Lam, Lam. Ich bin gut verwurzelt. Lam, Lam, Lam. Gehe jetzt zum Svadhishthana Chakra. Übe weiter so. Atme langsam ein. Halte dann die Luft an, so lange wie angenehm. Und atme dann aus, so lange wie angenehm. Svadhishthana Chakra. Wasser Chakra. Du kannst dir eine Quelle vorstellen. Eine sprudelnde Quelle. Und du kannst aber auch innerlich wiederholen. Quelle der Kreativität. Quelle der Kreativität. Vam, Vam, Vam. Quelle der Kreativität. Vam, Vam, Vam. Vam, Vam. Vam. Vielen Dank. Gehe zum Manipura Chakra, Lendenwirbelsäule und Bauch, Sitz des Feuerelementes und der Sonne. Stelle dir ein loderndes Feuer im Bauch vor, dein Lagerfeuer oder eine leuchtende Sonne. Und wiederhole geistig, Feuer der Begeisterung, Ram, Ram, Ram. Feuer der Begeisterung, Ram, Ram, Ram. Und wiederhole geistig, Feuer der Begeisterung. Und wiederhole geistig, Feuer der Begeisterung. Und wiederhole geistig, Feuer der Begeisterung. Gehe zum Anahata Chakra, Brustwirbelsäule, Herz. Du kannst weiter so atmen, tief einatmen, dann Luft anhalten und ausatmen. Spüre dabei Brustwirbelsäule und spirituelles Herz Mitte der Brust. Sitz des Luftelementes, Sitz von Freude und Liebe, von Verbundenheit auf andere zugehen und dein Herz zu öffnen für andere, für Gottes Liebe, für Menschen, für Natur und alle Geschöpfe. Du kannst aber entweder dir diese Weite vom Herzen vorstellen, auch wieder Weite, Himmel, blau wie der Himmel. Und du kannst auch eine Affirmation wiederholen, wie zum Beispiel Freude und Liebe, Jam, 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 Freude und Liebe, Jam, Jam, Jam. Und du kannst auch eine Affirmation wiederholen, wie zum Beispiel Freude und Liebe, Jam. Ich komme zum Vishuddha Chakra. Halswirbelsäule und Kehle. Wieder langsam einatmen, lange die Luft anhalten, langsam ausatmen. Du kannst aber auch eine Affirmation wiederholen. Verbundenheit und Einheit, Ham, 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 Ham. Verbundenheit und Einheit, Ham, Ham, Ham. Du kannst dir auch den Sternenhimmel vorstellen, Verbundenheit und Einheit, Ham, Ham, Ham. Vielen Dank. Agnya Chakra, Punkt zwischen Augenbrauen, Mitte der Stirn. Du kannst dir dort ein strahlendes weißes Licht vorstellen oder auch das Symbol für OM in goldener, roter oder blauer Schrift. Oder du kannst einfach spüren, wie du über das dritte Auge die Unendlichkeit erfährst. Wenn du willst, atme wieder langsam ein, halte die Luft an, atme aus. Intuition und höchste Erkenntnis. Intuition und höchste Erkenntnis. Intuition und höchste Erkenntnis. Om, Om, Om. Während der zweiten Hälfte dieser Meditation, halte deine Konzentration ganz im Sahasrara Chakra, Scheitelgegend. Du kannst aber dein persönliches Mantra wiederholen oder in die Stille gehen. Du kannst, wenn du willst, weiter Sukha Pranayama üben oder Kevala Kumbhaka. Und über das Sahasrara Chakra spüre reine Verbundenheit, göttlichen Segen und Führung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aum 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 Shanti 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 Om Frieden, Frieden, Frieden. Om Bholo Satgur Shivananda Maharajaki Jai Bholo Sri Vishnadevananda Maharajaki Jai Das war Harmonisierungsmeditation für die Chakras mit Bija-Mantras, Visualisierung, Affirmation und Sukha-Pranayama. Eine der vielen Kundalini-Yoga-Meditationstechniken bei www.yoga-vidya.de Mein Name ist Sukadev und hinter der Kamera und auch der Schnittmeister Nanda. Diese Meditationen findest du auf unseren Internetseiten. Es gibt viele verschiedene Chakra-Meditationen. Es gibt für jedes einzelne Chakra-Meditations-Videos. Es gibt verschiedene Meditations-Videos, die die verschiedenen Chakras aktivieren. Es gibt Meditations-Videos, die auch mit anderen Pranayamas in Verbindung stehen. All das findest du auf www.yoga-vidya.de Dort findest du ein Suchfeld. Dort kannst du zum Beispiel eingeben Chakra-Meditation oder Anahata-Chakra-Meditation oder Chakra-Harmonisierung. Und so findest du weitere Anleitungen, mit denen du deine Meditation vertiefen kannst und gleichzeitig deine Chakras öffnen und aktivieren kannst. Und natürlich, diese Art von Meditationen lernst du auch in den Kundalini-Yoga-Seminaren bei Yoga Vidya. Alles Gute. Ich wünsche dir viel Energie, Harmonie, Öffnung und spirituelle Kraft. Ich wünsche dir viel Energie, Harmonie, Öffnung und spirituelle Kraft. Ich wünsche dir viel Energie, Harmonie, Öffnung und spirituelle Kraft.